Ey, wo ist der, Alter? Wo ist der? Da vorne, da vorne! Ronaldo! Ronaldo! Nein, Ronaldo, nein, komm! Was wollt ihr von mir? Ihr seid nur am Beleidigen. Ihr sagt, er kann keine Abschlüsse, du kannst keine Abschlüsse! Geh nach Hause! Warum willst du abhauen, Ronaldo? Warum? Es ist doch alles geklärt. Wir haben uns entschuldigt. Simon nennt dich auch nicht mehr dicke Curvy Wurst. Bleib bitte bei uns, gib uns doch eine Chance. Er meinte das wirklich ernst, Jungs. Ihr müsst doch mit mir reden. Ich habe gesagt, drücke einmal Kreis. Nein, Timo hat gesagt, Doppelkreis, Doppelkreis. Ich habe gesagt, einmal Kreis. Und dann, ich habe gesagt, ihr müsst schießen, einmal Kreis mit mir. Jungs, ihr müsst mit mir reden. Wenn ihr einmal Kreis mit mir drückt, ich schieße euch raus. Ich schieße alle raus und schieße uns Papetten weiterhin. Ihr müsst mit mir reden. Ja, Jungs, kommt her. Wir sind, ich liebe euch. Ich liebe euch, Jungs. Kommt, wir machen. Wir zusammen holen den Titel und schießen jeden Gegner. Alles klar, Ronaldo. Komm her, Digga. Komm her zu uns. Danke, Vater. Wir rasieren mit dir, Digga. Gib alles, Pursti. Sag uns doch einfach, dass du einfach nur mit Kreis geschossen werden willst und nicht mit Doppelkreis. Sag es doch einfach. Einfach nur mit uns reden. Einfach nur mit uns reden. Genau. Einfach nur mit uns reden. Hahah, Tiszi, 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 Tiszi. Ticker, wir sind Bissi, Bissi, Bissi. Hi Leute und herzlich willkommen bei Tisiii. Brillenzubes! Wer Brille trägt und bieb biebt, der spielt FATAL wie verliebt. So kann man es sagen. Jetzt könnt ihr euch auch denken, was es heißen soll. Und zwar willkommen heute zur letzten Folge FATAL. Ja, ähm, wir kommen heute zu unserer letzten Folge, wie schon gesagt, ähm, die Aussprache mit R9, ihr habt's gesehen am Anfang hier, ne, ihr habt's gesehen, die Aussprache, Jungs, auch im Stream, die wo da bei waren. Guck, 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 ich hab mir genau das Licht auf mein Auge gelegt, sehe ich das unten? Wow. Ja, ähm, wenn Timo mit seinen Lichtspielen fertig ist, R9, wir sind in dem einen Stream echt doch warm geworden mit ihm, muss man sagen, ganz komischer Hase einfach, wir spielen mit dem, die Weekend League Quali war dieses Jahr, ne, wo man ja diese, diese Negredo-Karten, dieses Wap-Item bekommen hat, die Jungs, der ging ab plötzlich wie die Sau. Ja, aber warum? Ne, ne, muss ich schon sagen, warum? Wir haben analysiert, erstens mal hat er den Hawk gekriegt, weil wir gesehen haben, von der Arbeitsrate her, ne, haben wir gesagt. Das heißt von der Physis, der Hawk hat er gekriegt wegen der Physis, weil die Physis bei dem so schlecht ist. Genau, aber, und deswegen, genau, wegen auch der Arbeitsrate, alles ein bisschen angepasst, und dann kam ein ganz entscheidender Tipp, und zwar, keine Doppelkreisschüsse mit dem. Ja. Ein, ein Stream hat gemacht, war getroffen ohne Ende. Nur, nur normale Kreis, wenn du so gedeckt. Nur Kreis. Ja, und schon hat er getroffen ohne Sau, und man muss dazu sagen, die, äh, äh, Server in dem Einzelspiel bei den Jungs, die sind eine Katastrophe, einfach wirklich. Also, wie 20-fach anders hätte das Spiel einfach läuft, wenn man die, äh, Weekend League oder Weekend League Quali damit zockt, also, wow, EA, dankeschön, vielen Dank, ne, muss man auf jeden Fall mir sagen, ne, für diese geilen Server. Aber, nice, und, ganz entscheidend, Jungs, letzte Folge Fatal, ja, eskaliert man wirklich mit den Daumen nach oben nochmal, zur letzten Folge so, 10.000. 10.000 Daumen, die sollten drin sein. 10.000 von der TZ-Army, Jungs. Genau, und, äh, ja, genau, dann hatten wir auch im Stream mit euch, äh, die Paare ausgewertet gehabt, weil es war echt mega, mega eng, Jungs, und ich würde sagen, wir zeigen euch jetzt unser Paar. So, ihr seht hier unser Paar, äh, Milinkovic, Savic und dieser, äh, Frassi, ja, was weiß ich, einfach der Frassi, nennen wir den Frassi. Frassi und den Mili. Frassi und Mili sind auf jeden Fall hier ins, äh, Team reingekommen. Wir haben damit im Streamer schon ein bisschen gespielt, wie ihr auch gesehen habt, ne, ähm, mega geile beide Paare. Und heute gilt es auf jeden Fall, die letzten zwei Spieler hier noch zu integrieren. Und, äh, ja, einfach richtig viel Coins nochmal ranzuholen. Und ich würde einfach sagen, Jungs, wir gehen ins erste Spiel und sammeln Coins. So, erster Gegner. Wow, Alter. Alter, auf so ein Team zu kommen. Das ist jetzt nochmal, könnte ein Checkpoint sein. 130, erster Abschluss für den Gegner. Gautschu. Oh, das hat sich gestern so... Der Herrbritz. Hey, Salter. Sehr schön, wie das ist. Ja, einfach laufen lassen, rein spielen spielen. Wenn wir so bald, wir sind viel zu fixiert, da vorne auf unseren Fatal-Spieler, ne. Ja, das dürfen wir nicht machen. Plonk, Jungs, richtiges Biest, auf jeden Fall. Jetzt durch. Ja, so ist alles. So macht er die, einfach einen Kreisschuss. So macht er die einfach, ne. Sind 80.000 auf der Uhr. Man muss einfach die Mummel so gestern einfach zirkulieren lassen. Ja, gestern war es egal, wer die Tore macht, ne. Deswegen hast du dich dann zu interessiert. Und... War zwar Doppelkreis, ne. Aber von da kannst du ihn jetzt wiederum mal machen, ne. Ja, ist auch gefährlich. Also gestern im Stream hat er die auch so geangelt, ne. Aber das ist echt so. Kaum mal bisschen wieder konzentriert gespielt, ne. Und nicht nur nach vorne auf den hier. Ja, nicht nur von Aldo zu suchen, ne. Ich glaube, nicht mal Currywurst kann, ne. Schön. Die macht er auch sehr schön. Die macht er butterzart, ne. Man ist auch da mit Hawk plötzlich. Sehr schön. Ja, stark. Das kann man nur ablegen, weil er hat echt ein liberabeles Team. Ich bin jetzt nur ohne Scheiß für ein Glück, dass wir auf so einen kommen. Schade, war gut gespielt, aber... Okay, aber... Ja, also 4 zu 0, Jungs. Läuft, läuft. Bin ich zufrieden mit, bin ich zufrieden mit. Ich glaube, dreimal hat ich Ronaldo getroffen. Einmal nicht, ne. Einmal nicht, mal, glaube ich. Abfahrt in die Halbzeit. Erste Halbzeit mit Timos Brille. Die Brillenschlange schlägt zu. Zählt. Stark, Ronald. Die sind so effektiv. Wir müssen uns hier, glaube ich, offiziell entschuldigen bei R9, ne. Aber dass der so lange kämpft. Ja. Ich sag, der nimmt auch irgendeine Serie auf. Jetzt mal ohne Scheiß. Wer hat denn sonst so ein Team? Also, Hampelmann hoch 2. Okay, Abzug. Boah, den holt er aber, ne. Ist satt. Sagt, er macht sich warm für die Weekend League. Meldet an. Boah, wow. 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 Ah, der ist ein wilder Kopf. Ja, Blanc hatten. Oh, stark. Stark. Fett. Ronaldo, 250. Da waren wir unseren Blancen gerade hin. Boomba. Ah, ich sehe wieder was auf dem Feld. Dicker, das ist ein guter Fuß, Alter. Wir haben extra auf die Position gestellt, Jungs. Mal rüber und zack. Hörst, war das? Hast du gar nicht gesehen? Ja, was war das? Oder war das ein Brillefehler bei mir? Hast du es auch gesehen? Wo sind es immer, ne? Gehen wir. Ach so, ey. Versteh. Du warst nicht mehr so beim Spielen. Wow. Egal, erste Ding. Gegner gut. Ja. Oh, schön mitgenommen. Warum? Geil. Geil. Verkackt, ne? Aber es hängt so, ne? Aber es kann halt, ich würde sagen, es kann halt die Server-Seite, ne? Du kannst dir gar kein Tempo rausnehmen. Ja, geiler Ball. Was hast du schon gelernt? Ich musste gerade einfach so. Ja, Normalkreis. Warum Doppel? Steht keiner. Ballrolle. Komm, Junge. Wo ist die? Warsely. Schön. Oh! Andano, so wie du eins wie im Sportplatz, ne? Schön übergriffene. Kopf hoch. Ja, stark, aber mit der Ewigkeit verdaut, bis er abschließt. Ja, aber Jungs, das sind aber die Server. Ganz ehrlich, das liegt dann in den Spieler. Das sind einfach die Server, ne? Das hört man, wenn er drückt und dann bis er abschließt. Aber egal, dreicht tausend, Digga. Wichtig. Wichtig, weil ich sag, der quittet. Ey, du lasst ihn komplett freistehen dann, ne? Nein, kommt alles mit Quitt. Wow, Alter, ist der Gegner dumm. Blonk. Digga, der Blonk, der macht mir ein bisschen so Rillit, ne? Ja, ansies, wie kleine Rillit. Ja, push! Ero Ronald! McDonald, der hat noch so viele Chancen gehabt. Schlimm Slavto. Auch stark gemacht. Auch stark gemacht. Die 60.000. Trink mal Pause. Bietz im Fleisch nochmal an. Komm, bietz im Mann. Könnt man nochmal mitnehmen, ne? Die 100k. Und einfach nur Kreis. Einfach nur Kreis. Das ist das Kreis. Ich fühle mich Kreisdruck. Stark gemacht. Auf jeden Fall. 3 zu 0. Oh, wow. Wow. Oh, nein. Das ist nochmal scheiß Ronaldo, so. Und Abfahrt. Und Geh. Und Mach. Und normale Kreis. Schuss. War einfach nicht alles. Okay. Einfach, ich schwör auf alles. Du siehst, war an den Balke. War einfach nur leicht Kreis. Oh, das gibt nicht mit. 5,40 hat man gesagt, ne? Bim, bim. 15. Ich hoffe, dann geht so ein Schuss rein, Alter. Das ist, was mich abfuckt. Ah, warst schon vorbei. Wow, Hando. Hando hält wenigstens. Ist so. Der Rhea hätte jetzt wieder hinterher geguckt. Was ist denn denn? Als ob, Alter. Als ob. Guck mal, ich kann jetzt wieder nichts machen. Ja, ist klar. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Jeder Ball rollt an mir vorbei, Alter. Ja, ja, ja. Oh, du lächerlich. Wie sind sie? 500 haben wir dann jetzt. Wow. 500 müssten wir dann haben. Wir sehen uns dann auf jeden Fall bei der Paarauswahl. Nicht schlecht wäre mehr drin gewesen, aber... Ja, ne? Ja, da Timo und ich, wir zwei Mathe-Genies uns beim ersten Spiel verrechnet haben und das Gegentor nicht abgezogen haben, haben wir statt 500.000 Coins nur 470.000 Coins. Und somit, ähm, ja, mussten wir dann jetzt noch ein anderes Paar 2 auswählen. Und da haben wir uns dann für Marcos Alonso 84 und Aspili Greta 87 beide die Info-Varianten entschieden. Aber jetzt seid ihr an der Reihe. Stimmt fleißig in den Kommentaren ab. Äh, ja. Gibt uns das beste Paar. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, Jungs. Lasst ein Abo da. Wir sind raus und sehen uns in den Gruppenspielen bei Fatal wieder. Prosti. Ciao, ciao. Musik